Musik 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 Hier rüber Vielleicht Musik Jetzt Komm Warte, warte, warte Lass sehen, wie sie es machen Jetzt Nee Oh fuck, 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 fuck Aaaaah So So Ich hab' dich Ich hab' dich gehellt Ja, heil' Jetzt hab' ich meinen Proton nur geheilt Nein Nee, nee, du hast dich auch geheilt Aber wenn du nur grün nimmst, ohne rot dazwischen oder Dings, dann kriegst du nicht viel heil' Sprunghilfe Ja Ja Tja, ich hab' Akkobat für in meinem drüben Leben Deswegen Wo? Irgendwie kann aus dem Augenblick so ein Scheiße Ja So, lassen wir mal nach Das istcco Ich muss das grüne Kraut nehmen Es gibt natürlich noch Munition, vermute ich auch, ich kann die nicht Ja, dann warte erst mal, ich bin schon dann irgendwie da rüber Ja, ja Stimmt da oben irgendwas machen Kenn ich ja, ich hab die Meknum machen Und für das nächste Mal muss ich mir dran an, als die Meknum rausführen würde Ja, da hab ich schon ewig keine Munition erst mal gefunden Hier oben ist noch ein zweites Emblem What the fuck So aussieht, muss ich irgendwie der Rinder, oder? Oh oh Er kommt zu mir Zu mir Hier muss man das Emblem hier raus Oder weggeklaut Scheiße Entschalte ruhig Ich hab den Bob am Hals Einen hab ich abgeschossen, der mit dem Laser da auf der rechten Seite stand Der ist weg Das ist eine komplette Bewegung Ich komm rüber wieder Also ich weiß nicht wie ich rüber konnte, aber ich versuch's Das ist ein grünes Kraut, aber ich will jetzt nicht verschwinden So Oh nein. Scheiße, wie komm ich da rüber, man? Ich kann mal die Karte anmachen, weil ich seh das. Das ist eine Treppe. Ach, hier geht's runter, alles klar, ich komm. Ich bin gleich da, Mutti. Ich hab noch ein bisschen Schrott mit dem Munition. Aber es wird immer reichend, halt. Oh, shit. Ich hab eine Granate gefuckt. Nein, das ist ein bisschen weniger. Da ist Mutti. Wann steh ich mal da unten hin? Das ist der Typ. Oh, da. Wir können den auch nicht durchkeilen. Ich hab mal Schossen, kein Problem. Gerne, ich schrei. Dankeschön. Komm mal her, Mutti, ich muss mich heilen, ich nehm dich gleich mit. Ja, fuck. Ja, durch die Granate und deine Vorschaden, denke ich mal, war das so easy. Also einen konnte ich im Umbring von den, von diesen Lasertypen da oben. Wir müssen hier oben auf die Brücke. Das ist der Typ. Schießen aber auch nicht. Ne. Einen habe ich eben von dem Artefakt aus gesehen. Da konnte ich ihn abschießen. Bei dem Artefaktplatz. Artefaktplatz. Gar nicht so ein schlechtes, schweres Wort, aber. Manchmal stöber ich da drüber. So. Ich packe, dass wir die zwei Dinger hier reinnehmen, weil wir hier unten sind. Eins. Zwei. Oh, eins. Du bist auch eins. Ne. Ne, das war das. Das zählt für uns beide. Das zählt für uns beide, ja. Das dritte ist mittig, oder was? Der ist weg hier. Da kann man einfach langlaufen. Das ist da oben auf der Brücke, wo wir eben drunter standen. Okay. Aber da war ja kein Durchkommen jetzt so. Wenn die hier steht, wird sie angezeigt. Ach, hier liegt der Typ? Alles klar, ich verstehe. Aber ich sehe ihn immer noch nicht. Hier unten auf der Brücke. Ich weiß nicht, wie der hier oben kommt. Na, da hinten ist eine Treppe. Ja, ich sehe es gerade. Aber da werden wir nicht hinkommen zu der Treppe, denke ich. Lauf, 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 lauf. Ne. Was für ein Abwart, Mutti. Da ist die Treppe da drüben, siehst du das? Hm. Aber das ist ja da unten, wo wir das Zeug reinstecken. Ich denke mal, das ist der Endpunkt. Was ist mein... Ja. Bisschen rumrätseln hier. Ne, das, wo ich jetzt stehe, das ist der Endpunkt. Aber da werden wir nicht, um da durchzukommen. Ja, genau. Muss aber irgendwie noch einen Weg geben, dahin. Ja. Hier drüben ist noch so ein Artefaktes, wo man das macht. Hier drüben ist es jetzt gefunden. Da ist auch, was ich nicht sterbe. Das ist eine Knalle. Das ist ein Blindschicht. Das ist ein Blindschicht. Boah, Alter, der ist doch schon tot. Der ist doch so tot und drücken wir noch links rein. Äh, das ist ja nix noch. Oh nein, der ist so ein großer, fuck. Boah, krass. Boah, mir fallen. Wie geht das? Ja, war das so ein großer, oder sah das nur so aus? Das sah wahrscheinlich nur so aus. Ja. So, ich nehme mal das Artefakt. Das ist mehr, das entnehmen. Das ist doch nicht gut, das kommen wir nicht die ganzen Gegner ausmachen. Das ist sicher. Da sah ich's doch. Das ist so ein großer. Übermittelt, ähm, erschieb es für Munition, wenn die richtig weiterläuft. Ich packe mal das Artefakt da rein. Dann ist das safe. Und das ist ein automatischer Kontrollpunkt. Damit habe ich gerechnet. Und jetzt, äh... Wenn wir jetzt sterben sollten, wär's nicht ganz so schlimm. Scheiße, dass ich keinen Beschnitt da hast, gegen den Arsch. Ach, da ist er tot. Geil. Ja, da braucht man auch genug Schaden, dann geht's. Nice. Alter. Das ist aber kostenintensiv, äh, das Level. Munitionsmäßig gesehen. Wo liegt hier was? Ne. Boah, die Treppe ist egal. Ich muss Griechert machen. Ich kann mal den einen Typen mal erledigen, der da mit seinem Laser scheiß da. Oh, gerne Wandmalerei. Guck mal hin. Guck mal, da oben liegt ein Artefakt drin. Ich kann mir bestimmt, wenn wir das aufmachen mit der Tür. Oder ist... Ah, der ist weggeschossen. Genau. Ich kann mir wissen, wie ich... Und ich kann mir nicht mehr diese Seite zu verabschinen.